Polizei ist da wer! Ihr seid keine einfachen Streifen Polizisten mehr. Ihr seid jetzt bei der Vega. Bursche, pass auf! Ich muss mich zu 100% auf meine Burschen verlassen. Was machst du denn da? Essen fassen! Das sind scheiß Grabs, das ist gar nicht Essen. Was ist das? Für mich war das schon immer klar. Ich wollte schon gerne eine Burt zum Vega. Du kannst dich gleich einmal dran gewöhnen, dass du dich von jetzt an teilen musst. Bitte stoppt doch irgendwer die Zeit! Polizei, mach die Tür! Ja! Ah! Geht's dir? Ja, super! Geht's dir gut? Wie geht's mir gut? Mir geht's so gut, Alter. Wenn ich merke, dass du zum Problem bist, dann muss ich dich rausschmeißen zu werden. Nein, nein, nein. Ich hab dich im Griff. Wenn ich jetzt in Gangstrand gehe, dann ist es aus mit der Vega. Du bist der Polizist und kannst jetzt Schallarbeiter. Das kann man so sehen oder kann man so sehen? Wegen was werden sie reden? Wegen dem, was passiert ist. Oh, den kannst du nicht. Ah, das tut mir weh! Und, wie geht's der Bursche? Hör auf damit! Hör auf damit! Ich will dir so gerne helfen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich wollte das ohne Schnell. Ich will eine Backe. Wie würde es kein Action filmen? Ich will eine Backe. Ich will eine Backe. Ich will eine Backe.